Komm weg. Sie ist nicht krank, richtig. Und sie kann es beweisen. Deswegen warte ich her. Wie hier? Was soll denn das für das? Lea! Sie ist krank, du weißt das! Lea! Ja, jetzt warte doch! Hey! Komm mal zu! Ich weiß nicht, was das Theater soll. Ich weiß auch nicht, was du denkst, was hier passiert ist, aber wenn du glaubst, ich wäre es gewesen, dann frag mich. Frag mich! Warum sollte ich das tun? Ich weiß nicht, was du denkst, was du denkst, was du denkst, was du denkst? Ich weiß nicht, was du denkst.